Grundfoss Multilift sind Hebeanlagen, die Abwasser zuverlässig und rückstausicher in die Kanalisation befördern. Ohne Rückstausicherung werden bei Starkregen die Räume, die unterhalb der Rückstauebene liegen, überflutet. Das kann teuer werden. Die Installation einer Grundfoss Multilift Hebeanlage bietet Schutz gegen Überflutung. Dabei wird die Druckleitung in einem Bogen über die Rückstauebene geführt. Das ist in der Regel die Straßenoberkante. Multilift Hebeanlagen sind komplett vormontiert und bieten alles, was sie für einen schnellen Einbau oder Austausch benötigen. Die Zulaufhöhe des patentierten Drehflansches kann stufenlos zwischen 180 und 315 mm eingestellt werden. Zwischen Rückflussverhinderer und Anschlussschlauch ist ein Absperrventil zu montieren. Nachdem alle Leitungen angeschlossen sind, ist der Sammelbehälter am Boden zu befestigen. Die optionale Handmembranpumpe ist auf der Behältervorderseite anzuschließen. Die Steuerungseinheit lässt sich an der Wand montieren, ohne den Gehäusedeckel aufzuschrauben. Für die Inbetriebnahme muss nur das Einschaltniveau festgelegt werden. Alle anderen Parameter sind voreingestellt, können aber jederzeit angepasst werden. Weitere Produktvorteile Mehrere Zulaufanschlüsse von DN50 bis DN150 für höchstmögliche Flexibilität. Die abfallende Behälterbodengeometrie minimiert Ablagerungen und den Reinigungsaufwand bei Wartungsarbeiten. Das spart Zeit und Kosten. Die kompakte Rückschlagarmatur schließt weich und leise. Der leichte Zugang zur Revisionsöffnung erlaubt eine einfache Funktionsprüfung und das schnelle Entfernen von Fremdkörpern. Die Niveauerfassung mit ihrem piezoresistiven Sensor hat keine beweglichen Komponenten und arbeitet absolut zuverlässig. Sie liefert kontinuierliche, millimetergenaue Messdaten, die von der intelligenten Steuerung ausgewertet werden. Multi-Lift-Abwasserhebeanlagen Innovativ und zuverlässig Für fast jeden Anwendungs- und Leistungsbereich innerhalb der Gebäudetechnik. Von Gronfoss 4. 6. 7. 12.